Hallo Leute, willkommen bei Sascha's Lego Welt. Ich bin's, der Lego Sascha. Ganz genau so ist es. Und zwar mache ich dann nächst auch mal ein FAQ, so nach Frage Video. Und da würde ich euch bitten, schickt mir einfach mal ein paar Fragen. Was euch gerade so in den Sinn kommt, wann ich das Video aufnehme, mal gucken. Um, dass ich mir einfach mal zwischendurch immer mal, immer ein bisschen Abständen ruhig mal, das ganze Rundjahr mal ein paar Fragen schicke. Und ich sammle die dann mal, mache dann immer mal so, verteile entweder einmal im Monat oder alle drei, 14 Tage mal ein FAQ. Ein Nachfrage Video. Da könnt ihr mir mal Fragen stellen, ich beantworte euch dann. Ohne Witz, wenn ihr Bock habt, schickt mir gerne mal ein paar Fragen. Für mein allererstes FAQ. Für mein allererstes Frage Video, meine Freunde. Das mal dazu. Bis dann, meine Freunde. Ich bin Sascha und der Lego Sascha von Sascha's Lego Welt. Bis dann.